Placelet mache, das meiste ist eh von Wude günstig, das ist ja auch Werbung, also indikale Gruppe, das meiste. Und von daher, ne? So. Mal gucken, wie ich das am besten mache mit dem Mikro, dass ihr mich hört, wenn ich da bin. Mal schauen, ich hab nur so eine Mikro. Also, ich hab ein zweites Mikro hier oben dran, aber naja. Machen wir mal Licht jetzt. Warum könnte ich machen? Ich weiß nicht, wie die Qualität ist, das ist das Problem. Schreib noch kurz ein bisschen was, dann fangen wir gleich an. Achso, die Musik in der Rund ist wie immer mein Radiosender, der grad laufen tut. Das sind Reto-Spiele, der Sim, die sich so komisch anhört, vielleicht. So, nur als Info. So. Wir gucken grad mal. Ich kann mir auch gerne mal Discord folgen, aber hab ich direkt nämlich, äh, benachrichtigen, wenn ich online komme. Was ich grad mache. Mach ich immer, vor jedem Stream, tu ich alle benachrichtigen. Die vielleicht zuschauen wollen, aber über Discord. Und sonst über Facebook. Aber meistens, äh, sind es viele von denen gar nicht online. Das sehe ich ja dann. Da schreibe ich jetzt gar nicht hin. Also, ich nerve nicht die Leute, wenn sie nicht online sind. Eigentlich. So, mal gucken, ob ich alle erreiche überhaupt. Kann natürlich sein, dass paar überhaupt nicht online sind. Mal schauen. Wer weiß. So, das reicht erst mal, glaube ich. So. So. Ich weiß nicht, ob ihr was geschrieben habt. Guck ich jetzt grad mal. Hat keiner geschrieben? Nicht so tragisch. So. Ich mache weiter essen. Ich mache jetzt mal zuerst. Ich mache jetzt erstmal. Das ist doof. Ich kann nichts. Das ist ja halt. Nein. Ist mir nicht. Ich hätte um mehr machen müssen, ich würde mir auch ein bisschen sagen. Oder ihr weiß, was es ist. Aber leider ist es anders. Leider. So. Trinken habe ich. Kaffee ist da. Wir schauen mal. Ich bin ein bisschen heiser. Ja. 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 Guck mal ins Team rein. Was ich denn so habe. Spiele. Ein paar muss ich verläschen, weil ich da durchspielt habe. Ja. Nightingale. Würde ich gerne spielen. Ach man. Aber ich kann es nicht. Aber ich kann es nicht. Aber ich habe es wirklich Geld gut haben drauf. Auch wenn es günstig ist. Nightingale. Ist sehr günstig. Ich hoffe, ich habe morgen oder so. Oder heute noch, dass ich es dann aufladen kann. Das Ganze. Hoffe ich mal. So. Meine Bibliothek. Ist schon ziemlich groß. Die kann ich rauslöschen. Weil das Spiel habe ich durchgespielt. Woa. Wie geht's? Hm. Ich habe hier noch eine D-Testversion habe ich hier noch. Wie groß ist das Ding? 4 GB. Ich fahre noch ein paar Testspiele. Es ist gerade Empire Stripes. 1.0 ist auch raus. Stimmt ja. Mal schauen. So, jetzt können wir kurz mal meinen Account zeigen. Ich muss auch das Spiel malen. Park Beyond, Spines of Pagonia. Das wollte ich eigentlich machen hier mal wieder. Spines of Pagonia. Ja. Okay So, also ganz kurz mal wechseln hier, das hier leiser stellen und ich wechsle mal kurz mit dem Bildschirm, Monitor, kann ich so schnell die Spiele spielen heute, aber ich habe vor noch entschuldigt zu spielen, also von daher mal schauen, ich hätte kurz gucken, dass ich den Monitor draufkriege, hier das Spiel draufkriege. So, okay Mich erschrecken, gleich schalte ich um. So, schwarzbild ist mal gut. So, hoffe ich, das ist auch hier. So, das Spiel auf der Wache habe ich gerade gemacht, aber er mag nicht. Er zeigt es zwar an, aber er startet das Bild. Ah ja Hm, das ist alles drin. Sehr schön. Hm. Muss aber anders machen, aber sonst sehe ich den Chat nicht. Das ist natürlich ärgerlich. Weil jetzt ist mein Standbild bei meinen Dings drin. Bei euch nicht, aber hier bei mir ja. Und ich kann den Chat nicht verfolgen. Das ist natürlich schlecht. Hm. Ich mache mal kurz was anderes. Ihr seht es ja schon mal. Aber ich werde es nicht wie auf dem Fenster aufhören. Wie das funktioniert. Hm. Entweder es fusioniert oder es fusioniert nicht. So. Das muss eigentlich besser funktionieren. Denke ich mir mal. Jetzt hauen Sie sich unten den Balken, ne? Ist das richtig? Wie da habe ich es unten im Balken zu sehen. Komisch. Tatsache, ihr seht unten meinen Balken. Warum seht ihr den und ich den nicht? Ha. Das ist komisch. Töch. Töch. Fensterauflauf. Funktioniert die davon. Bildschirmaufnahme. Geschafft. Hopp. Hans-Furum. Machio. So. Ja, passt doch. Ich habe es gesehen, ich habe ein Stück auf der Kack rein gesehen, weil ich mich auf einer Antwort hatte. Ich weiß nicht. I don't know. Ich habe es jetzt gar nicht spielen. Hm. Ah ja. Ich habe es jetzt so belastet, dass das nicht funktioniert. jetzt okay das discord hat er meinen pc und wie keine ahnung an sorge macht ja ich würde sogar spielaufnahmen machen ganz ehrlich das ist mir lieber als bildschau aufnahmen zu ach so heute funktionieren also ich sehe euer schrift ja auch bei links auf der seite ich weiß nicht warum so wir haben wir schon mal von der zeit gespielt aber er hat er nicht gespürt ich hoffe dass das laden tut moin ich muss erst neues spiel machen jetzt jetzt gab es schon viele updates und die machen das fliege kaputt von mir naja viel gras ja gras ist wichtig gras ist immer wichtig blumen brauche ich nicht habe ich fast ausgeschaltet ich muss neue spielschatz kann man spielschatz nicht laden ich will nicht tutorial wie kampagne machen und es will frei spiel diesmal machen ein kampagner das ging letztens ja auch nicht ist deutscher hersteller deutsch firma ich wundern und white vertex studios und hat ja mal ich gerade rausgeworfen nein und kann sagen ausgeworfen ich dachte schon ist ein neues spiel starten stauffenberg und stoff okay und nicht so standard sandbox standard staats posten wenig vorzeit 9 uhr 190 juni wir fangen wir an die bedingungen ökonomisch älterisch standard man kann hier einstellen stärke für uns einstellen eigentlich zwergen schlucht in den karten die es gibt aber drei vier mal vier also wachs mal 5 mal 5 ok hier ist doch 4 da ist er da bin ich und da ist er ich verstehe das nicht warum da andauernd hier die farbe weg macht also die weg macht bei mir ja auf der seite das standbild ist verstehe ich nicht das geht nicht ich weiß aus trickse das ist natürlich doof na ja wie gesagt auch sicherheit steht über die tendin lesen ist auch kein problem lang das handy an ist so angebar die man auch kein kann ich ändern genau greif phoenix adler so mein partner habe ich gewählt so ist der kaffee eingießen so ist mein charakter editor ich durfte dass man als spiel nicht mehr funktioniert das ist ja voll ärgerlich ja ich mache drei zucker rein sagen sollte das nur eingestellt wegen der den gliedern dingen ich will keinen machen das ist trotzdem eine gute günstige aber ganz ehrlich sagt kauft auf zu viele name wenn ich ja aber die passt natürlich nicht das ist frisur ne ist es egal Kleidung Kleidung Kleid Ich habe schon gar nicht mal gespielt, das ist schon lange her, letztes Mal Es gibt ein paar Updates jetzt mittlerweile schon davon, aber naja geht so, den Updates das flittstack in brand gesetzt werden wusste auch nicht auch nicht gehabt bisher und habe ich schon mal gehabt glaubt schon ich weiß gar nicht was war kommt meine lampelein zu machen das ist mir zu hell wir fangen mal an wo bauen wir unser haus ich will es am liebsten direkt ein ding bauen also steine das holz und wild das ist gut dass er nähe ist wo ein zwei dass mein einwohner ja die ich habe jetzt zeit rauskomme da wieder straße machen ist der weg wie war es noch mal zurück kam weiß gerade gar nicht mehr wir bauen und wir können aus normalen ich weiß gar nicht wie ich das hä? das selten ist ein haus ich habe doch nicht hier gesprochen ich habe das doch hier gemacht oder? aber sie hätten dann ein haus sonst wird das haus gespiegelt buildingmenü wollen wir mal gucken so da ist das ding jetzt brauche ich eine straße bauen so erstmal gucken was wir so haben schönes straßen wir brauchen straßen naja schön festhalten eben aus denn Ah! Das sind Wölfe, jetzt brauchen wir ein Gebäude, ein Rathaus, so, ein Rathaus haben wir auch, das ist auch drin, so, ein Verbot machen kurz, das ist ein Rathausfeld gebaut ist. Das spielt sehr ähnlich wie seine Gruppe, der ist hier. Das ist ein Rathausfeld. Das ist ein Rathausfeld. Das ist ein Rathausfeld. Die bauen sehr lange, ich weiß, das haben wir schon an Bord gemacht. So, man kann doch nicht das Zeit verschleunigen, soweit ich das weiß. Das ist ein Rathausfeld. 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 Ich wollte, wenn wir anzeigen lassen, oder auch nicht, dass wir dann die Grenzen von Gebäuden, die erstmal Holz bauen sollen. Hm. Kann ich aber abbrechen? Ich brauche keine zwei Rathauser. Hm. Ähm. Hm. Abriss, Abriss, Abriss. Hm. 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 Wasser. Wie kann ich das abreißen? Ja, er hat Fehler gemacht. So ein Scheiß. Hm. 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 Okay. Wie mache ich das am besten? Wie kann ich das abreißen? Ich verlieg' gerade, wie ich das abreißen darf. Ich verlieg' gerade, wie ich das abreißen darf. Pfff. Sehr froh'n. Also vielleicht ist das fast früh. Ich muss noch neu starten. Hm 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 hm. Ja. Wärts. 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 So. Das war's für heute. 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 Wo ist hier ein Lehmfeld? Also, da ist kein Lehmfeld an dir. kann sein dass ich der selbe an den anderen bin der ist ja schnell heute das spiel kommen weiß ich nicht ich habe das spiel klar aber der ist so schnell es ist doch nicht normal das ist das problem standard Aber Test macht zwei stück das reicht das kann ich spielen also minen haben eine und ich brauche holz erst mal ist das die leben weiß ich nicht sein aber hier gibt es auch keine straße straße so das machen wir hier straße so sehr 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 ein Händler das brauche ich nicht ich brauche einen Baumfäller Bäume da sind Bäume das brauche ich wohnung brauche ich steinstraße einen Brunnen brauchen wir auch eigentlich und ist fertig und ist der fertig noch nicht hier Leute erstmal das ist besser jetzt hier hin bauen können aber nö Ausbau steht das ist für den Händler das Haus bauen das wäre gut so nächste was ich brauchen müsste wäre eigentlich eine Wohnung Marktplatz der Marktplatz ist Voraussetzung dafür Jäger Jäger brauchen wir auch das ist da hmm das ist die ganzen Wölfer das ist das ist das Das war's. Das war's. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie... Das Essen habe ich gar nicht. Vielleicht tot, wenn es so geht. Das war's. 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 Okay. Das war's. 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 Man könnte auch überall die... Menge hochschrauben. Holz habe ich ja genug, könnte ich ja hier untergehen und etwas. 통 После nur einen und die soll dann erstmal ausbauen. die aktie ist wichtig dass sie gebaut wird in den ganzen wölfen hier so und konigbrot machen nur noch keine lebensgrube ich habe nicht so viele einwohner das problem da heißt ich gucken hier bei wohnhäuser 10 6 ist schon da und holz kommt aber schon gleich viele seien fehlen noch die wölfe stören mich ein bisschen ganz ehrlich ist der arbeitszuteilung machen eigentlich ich habe sechs einwohner schon viel weiter war ich schon gewesen eigentlich naja egal etwas schleunige ein bisschen und nicht weniger die allerdings einstellen und ich werde 3 1 2 1 2 1 2 3